Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Heilende Meditationen von Smarana. Mein Name ist Monika Kardinal und ich bin Bioenergie-Therapeutin. Seit sehr langer Zeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass Klang und Musik beim Zuhören und Meditieren zu einer tiefen Entspannung und Heilung beitragen. Aus diesem Grund komponiere ich Meditationsmusik mit speziellen Heilungsfrequenzen. Manchmal nehme ich auch fertige Musikstücke und hinterlege sie mit heilender Energie. Mit meinen heilenden Videos versuche ich dir und allen Menschen auf der Welt zu helfen, in Frieden und völliger Gesundheit zu leben. Hier darfst du einen Blick in mein Studio werfen, in welchem all die schönen Dinge entstehen. Heilende Energie fließt durch meinen Kanal und so entstehen die Töne für eine heilende Meditation. Danach wird alles am PC mit Cubase abgemischt und für das Video vorbereitet. Die Videos erstelle ich mit Premiere Pro und die Tonaufnahmen mit Audition. Ich wünsche mir zusammen mit dir, die eine neue Welt zu erschaffen. Mit meinen gechannelten Botschaften und geführten Meditationen überbringe ich Heilung auf der höchsten Stufe der Bewusstseinsebene der Liebe für dich. Jedes von mir gesprochene Wort trägt die hohe Energie der vollkommenen Liebe aus den Sphären von Smarana. Lasse dich so tiefe möglich fallen und genieße die heilenden Energien, welche ich dir mit jedem Video kostenlos zur Verfügung stelle. Vielen Dank für dein Licht und ganz viel Freude auf meinem Kanal. Vielen Dank für's Zuschauen.